Hallo ihr Lieben und willkommen auf dem E-Player-Kanal. Hier ist Lomita und heute möchte ich euch das schöne Spiel Tamagotchi Forever vorstellen. Und nach dem Intro geht's los! Da sind wir auch schon! Und somit nochmal herzlich willkommen zu dem kleinen Spiel Mein Tamagotchi Forever. Aber ja, das Spiel ist noch nicht allzu lange draußen, erst seit ein, zwei Tagen. Und ich fand das einfach nur total lieblich. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch das einfach mal vor. So, und ich würde sagen, wir starten. Und wir werden auch schon dazu aufgefordert, auf die Tür zu tippen. Dann machen wir das mal. Ist das süß! Jetzt wollte ich es gerade vorlesen, da war der gute Herr schon fertig. Naja, egal. So, weiter geht's. Streichle mich! Oh Gott, ist das süß! Das ist ja niedlich. Okay. Oh je, was soll da denn? Achso, ich habe Hunger. Okay. Kein Essen mehr. Gehen wir einkaufen. Drücken wir mal auf das Plus-Symbol. Ah, ich mag Äpfel wirklich gerne. Ja, so zwischendurch esse ich die selber auch immer ganz gerne. So, jetzt haben wir einen Apfel gekauft. Und dann von unten nach oben. Der ist ja niedlich. Ich muss schnell auf die Toilette. Ja, dann machen wir das doch mal. Oh, ihr Mädel. Oh, 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 oh Gott. Machen wir das erstmal weg. Und dann setzen wir ihn mal auf die Toilette. Und jetzt müsst ihr die ganze Zeit tippen. Hi, hi, süß! Nehmen wir ein Bart. Und jetzt gedrückt halten und dann über ihn drüber wischen. Das ist ja niedlich. Ob das jetzt unbedingt was für Erwachsene ist, glaube ich nicht. Aber, naja. Aber ich finde, es ist ganz süß gemacht. Und da habe ich mir gedacht, ich stelle euch das mal vor. Achso, wir sind noch nicht fertig. Also, okay, alles klar. So, jetzt schnappen wir uns mal hier oben die Dusche. Ist das niedlich. Und wir haben München bekommen. Das ist echt süß, Leute. Das ist ja echt alles sauber. Och Gott, und er ist müde. Alles klar, okay. Dann machen wir mal hier das Licht aus. Gut, Nächtle. Kann ich dir Bescheid sagen, wenn ich spielen möchte. Ja, das machen wir jetzt mal nicht. Und hier können wir jetzt die Zeit schneller machen. Dann wird er wahrscheinlich wieder sofort wach. Ja, genau. Nee, da ist er wieder. Oh Gott, ist das niedlich. Ist ja schon süß gemacht. Ah, okay. Stufenaufstieg. Und wir sind auf Level 2. Da haben wir jetzt eine Torte bekommen. Und ein Tor. Und 100 Münzen. Rücken wir mal oben aufs X, so wie es uns gesagt wird. Wow, ich fühle mich großartig. Gehen wir nach draußen. Dann drücken wir mal auf das Häuschen. Siehe dir das mal an. Was soll ich denn jetzt machen? Achso. Hä? Das Trampolin ins Haus, oder was? Achso. Hm, hier ist es ein bisschen leer. Dekorieren wir. Also wenn ihr dann wischt, könnt ihr euch die Gegend anschauen. Ja, jetzt kann man hier auf jeden Fall schon mal Sachen dekorieren. Und wir sollen das Tor aufstellen. Haben wir gemacht. Und jetzt können wir ein Foto schießen. Moment. Jawohl. Das ist ja niedlich. Tada. Fortfahren. Das ist ja goldig. Jetzt haben wir wieder 100 Münzen bekommen. Sammle Fotos, schließe Seiten ab und verdiene dir Belohnungen. Gehen wir zurück in die Stadt. Ah, okay. Da macht zu Hause etwas Lärm. Okay, schauen wir mal. Ah, es ist ein Tamagotchi-Ei. Brüten wir es aus. Tippe das Ei an, um es zu öffnen. Also, dann müsst ihr mehrmals drücken. Oh Gott, ist das süß. Oh Gott, ist das niedlich. Ist das süß. Was ist das? Es ist... Oh je. Oh Gott. Ich gehe nach Tamatown. Ich gehe nach Tamatown. wirklich Hunger zu haben, um wirklich Hunger zu haben. Kaufen wir ihm doch mal was Schönes. Komm, vielleicht mal ein paar Kekse. Apfel, Schokolade. Ich gehe mal noch ein paar Kekse kaufen. Gehen wir mal wieder zurück. Möchtest du vielleicht was essen? Hier. Keks? Möchtest du nicht? Oh, du musst dringend aufs Klo, ne? Achso, ich wollte ihn eigentlich aufs Klo schicken. Na ja, Bruder, okay, dann putzen wir ihn erst mal. Machen wir ihn erst mal sauber. So. So. Ja, wunderbar. Das ist ja echt gründig. Das ist ja süß. Ja, so, jetzt gehen wir erst mal auf die Toilette. Ist das niedlich. Ach, nee. Du hast Hunger, ne? Ja, ich wollte dir ja gerade was geben, aber wolltest du ja nicht. Pommes-Milch zu haben. Ach, du liebst ein bisschen. Ja, Pommes habe ich aber gerade nicht im Angebot. Ja, ja, Moment. Ja, okay. Das geht wohl auch. Komm, ich kaufe dir mal ein paar Pommes. Hier, Pommes war... Haben wir überhaupt Pommes? Ah, doch, haben wir. Und mal lieber zwei. So, bitteschön. Möchtest du noch ein paar Pommes? Nee, vielleicht noch ein paar Pommes. Ist das süß. Vielleicht noch ein Keks als Nachtisch. Ja, ne, finde ich auch. Ja, wunderbar. Okay, alles klar. So, dann gehe ich mal wieder auf diesen kleinen Smiley unten. Und er möchte etwas spielen. Spiele, spiele, um dir Münzen zu verdienen. Vergiss nicht, dass Spielen Energie kostet. Los geht's. Ah, jetzt müssen wir hier ein Spiel auswählen. Tippe um zu springen. Das ist in die Hose gegangen. Naja. Jetzt könnt ihr euch ein kleines Video anschauen. Und dann könnt ihr fortfahren. Das machen wir jetzt aber nicht. Da haben wir auf jeden Fall schon mal Geld bekommen. Dann gehen wir hier mal wieder raus. Und er freut sich seines Lebens. Ja, das ist, glaube ich, so eigentlich das Grundprinzip des Spiels. Ihr müsst euch eigentlich, ja, so ein bisschen um euer Tamagotchi kümmern. Und da hinten sehe ich schon, könnt ihr euch noch ein Geschenk abholen. Dann könnt ihr im Einkaufswahn hier unten Sachen kaufen. Ihr könnt mit ihm rausgehen. Draußen Sachen. Für ihn noch meine Güte. So. Wenn ihr draußen seid, euch verschiedene Dinge anschauen. Sachen für den Garten kaufen, womit ihr dann spielen kann. Und so weiter und so fort. Ja, ich hoffe, das kleine Spielchen hat euch gefallen. Und die Vorstellung über einen Daumen hoch. Und Kommentare würde ich mich natürlich sehr freuen. Ja, wie immer. Den Link zu dem Spiel findet ihr unten in der Videobeschreibung. Und ansonsten vergesst nicht, auf die Glocke zu drücken. Dann bekommt ihr mal mit, wenn was Neues von uns kommt. Und ansonsten wünsche ich euch allen noch einen schönen Tag. Nachmittag oder Abend. Und ich sage bis zum nächsten Mal, ihr Lieben. Macht's gut. Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020